Ein weiteres Wettervideo hier aus Gutzhafen. Heute ist Mittwoch, der 7. April. Es ist nass, kalt, regnerisch. Dieses Video zu machen, ehrlich gesagt, macht keine Freude, weil ich ja sonst bei den Videos immer echt Spaß habe. Aber wir haben 5 Grad. Es ist immer noch ein bisschen windig aus nördlicher, nordwestlicher Richtung. Hier hinten sieht man übrigens Neuwerk, noch fast im Sonnenschein. Auf jeden Fall haben wir heute schon eine halbe Stunde Sonnenschein gehabt. Das ist auch alles, was für heute vorhergesagt war. Also nicht so wirklich toll. Und ja, das soll morgen ein bisschen wärmer werden, aber wirklich gut wird das Wetter noch lange nicht, glaube ich. Also noch ein paar Tage soll es so echt ursinnig sein. Ja, es gibt zu sagen, Hochwasser war heute um 10.17 Uhr. Jetzt ist es 13.00 Uhr, 12.30 Uhr ungefähr bei der Aufnahme des Videos. Ja, was haben wir sonst noch? Wind in Böen bis zu 6, Stufe 6 wohl, Windstärke 6. Also im Moment ist es nicht ganz so heftig. Mein Sohn findet das Wetter auch nicht so toll. Ja, der Strand. Der Strand ist nochmal interessant zu sehen. Der wird hier planiert. Immer wieder sehen wir ja hier die Sandanhäufungen. Der wird eben entsprechend auf den Strand gezogen. Okay, in diesem Sinne, habt einen schönen Tag. Achso, wenn ihr noch ein Video angucken wollt von gestern. Ich habe gestern Livestream gemacht in der Kugelbarke, bei dem Wind. Und der ist ganz schön auch anzugucken. Ist natürlich Livestream-Qualität, also nicht immer optimal, aber auf jeden Fall schön anzugucken. Mit Kitesurfern und großen Schiffen und ja. Okay. In diesem Sinne, hier, Evergreen, so ist Kanal. Wir wissen Bescheid, ist ein anderes Schiff, aber die gleiche Reederei. Alles Liebe, tschüss und bis zum nächsten Video. Viel Spaß dabei, eure Astrid Marie.